Einer trage die Last des anderen, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Soll ich der Hüter meines Bruders sein? So fragt ganz am Anfang der Bibel Kain, als Gott ihn nach dem Verbleib seines Bruders Abels fragt. Mit seiner gespielten Empörung will er sich selbst rechtfertigen und davon ablenken, dass er nicht seines Bruders Hüter war, sondern dass er zu dessen Mörder geworden ist. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Die Antwort ist ein eindeutiges Ja. Dazu sind wir bestimmt, dass wir Menschen aufeinander achten und füreinander sorgen. Jesus fasst alle Gebote des Gesetzes in diesem Doppelgebot zusammen. Wir sollen Gott lieben mit ganzer Hingabe und unseren Nächsten genauso, wie wir uns selbst lieben. Die Bruderliebe, die Liebe des Nächsten gehört zu diesen grundlegenden Selbstverständlichkeiten der Nachfolge von Jesus, der ja selbst unser Bruder geworden ist. Deshalb ist das Auseinanderreißen dieser beiden Beziehungen auch ganz entgegengesetzt zur Botschaft des Evangeliums. Die Ausrichtung unseres Lebens auf Gott und die Zuwendung zu unserem Nächsten gehören untrennbar zusammen. Und so ist es folgerechtig, dass Paulus in seinen Briefen, wie hier an die Galater immer neu beides betont. Das, was Gott getan hat in Jesus, also die Dogmatik, die Glaubenslehre und dann das, was wir tun sollen als Antwort darauf, wie wir leben sollen, also die Ethik. Diese ethische Wegweisung, die Last des Anderen zu tragen, des Nächsten, ist eine Folge der Erfahrung der Gnade Gottes. Das, was wir erfahren haben von ihm, sollen wir weitergeben. Wenn wir die Gnade und Liebe Gottes wirklich verstehen, wird uns das zu einem Leben der Liebe und der Hingabe für andere motivieren. So wie Jesus unsere Last getragen hat, wären wir bereit, auch die Lasten anderer zu tragen. Dass wir alle dabei letztlich auf der ganzen Linie Gewinner sind, ist dann auch klar. In einer Gemeinschaft zu leben, in der das zur Grundmelodie gehört, nämlich aufeinander zu achten, füreinander einzustehen und einander zu unterstützen, kann und wird uns nur gut tun. Dieser gegenseitige Lastenausgleich macht unser Leben nicht nur erträglich, sondern er drückt etwas von der Selbstlosigkeit, der Barmherzigkeit, der bedingungslosen Liebe aus, die in Jesus verkörpert ist und die Jesus uns schenkt. So ist dies eine Ermutigung, die Lasten der Anderen zu tragen. Es ist eine notwendige Erinnerung. So kann unser Leben in unserer unmittelbaren Gemeinschaft, in der christlichen Gemeinde und dann auch in der Gesellschaft wirklich gelingen.